Dieser Tag, haben wir ja gerade schon gehört, dreht sich alles um die Berufswahl, um Chancen und Möglichkeiten. Klar ist, dass man mit der richtigen Ausbildung im Leben vorankommt. Diese Messe mit den Ansprechpartnern von der Agentur für Arbeit, den vielen Infoständen, den Labor- und Werkstatträumen bietet dazu eine ideale Gelegenheit. KRONIS beteiligt sich sehr gerne an den Angeboten rund um die Berufswahl, denn bei uns gibt es mehr als 15 Ausbildungsberufe plus dualer Ausbildung mit Bacheloraufschluss. Unsere Schule beteiligt sich zur Zeit an so einem Projekt und da hat sie halt das erfahren, dass hier so eine Berufsmesse ist und dann hat unser Lehrer gesagt, ja dann fahren wir einfach mal hierher. Wir sind hier eigentlich nur zur Berufsorientierung, damit wir jetzt sehen, in welchem Berufsfeld wir jetzt gehen würden oder was uns sehr interessieren könnte. Ich gehe KRONIS mit den Flaschenpressen von Franken KRONIS, das hat mir meine Mutter mal erklärt. Ich habe schon ein Praktikum bei KRONIS gemacht und ich bin an KRONIS sehr interessiert. Also mir gefällt das Unternehmen, weil mir da einfach so viel Gutes hört. Die Berufe bei KRONIS einfach interessiert haben, was die alles ausbilden, Industriekauffrau oder so. Ja, das hat uns jetzt einfach interessiert, was die da machen. Ja, ich bin jetzt Industriemechaniker im dritten Lehrjahr. Ja, ich darf alles wieder genauso machen, weil bei KRONIS ist wirklich die Teamarbeit, die da herrscht. Das ist super. Also am 23. Juli hat KRONIS einen Tag der Ausbildung. Von 9 Uhr bis 13 Uhr steht da und da wollen wir auf alle Fälle mal hinschauen und uns nochmal informieren. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020